Als Roland Kaiser vor einigen Tagen im Internet zu einem Foto mit seiner Enkeltochter Mia schrieb, dass er seine Batterien bei Familie und Freunden dringend wieder aufladen musste, haben wir Fans uns Sorgen gemacht. Es war eine Schocknachricht. Wird der Schlagersänger mit 71 alles zu viel? Hat er wieder Atemprobleme? Und steht die Gesundheit seiner Lunge auf dem Spiel? Roland Kaiser Harter Kampf um seine Gesundheit 13 Jahre ist die rettende Operation jetzt her. Damals wurde der Brustkorb von Roland Kaiser geöffnet, die neue Lunge eingesetzt. Doch die Lebensdauer des fremden Organs hängt von vielen Faktoren ab. Statistiken sagen jedoch, dass nur 41% länger als 10 Jahre halten. Roland Kaiser gehört offenbar zu den Glücklichen. Trotzdem muss ihn eine Nachricht getroffen haben wie eine Keule. Wegen des Operationsrisikos wird gegenwärtig für Lungentransplantationen eine Altersgrenze von 65 Jahren gesetzt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Die Experten entscheiden im Einzelfall nach Allgemeinzustand des Patienten und Erfolgsaussichten des schweren Eingriffs. Durch die Transplantation habe ich ein zweites Leben beginnen können. Somit trage ich ein Gefühl von großer Demut in mir, aber auch Verantwortung. Die neue Lunge ist ein Geschenk. Ich habe die Aufgabe und die Pflicht, mit diesem Organ verantwortungsvoll und bewusst umzugehen, sagte er laut Freizeitwoche. Roland ist vernünftig. Er isst und trinkt in Maßen, macht täglich Sport und fährt auf seinem Ergometer. Er ist also fit für seine Pläne 2024. Denn unter dem Motto 50 Jahre 50 Hits, die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum will er die großen Arenen und Stadien füllen. Da ist für trübe Gedanken kein Platz im Leben von Roland Kaiser.